Es ist ein großer Tag für den Handball. Der große Tag für dich. Wenn 50.000 Handballfans ein Fußballstadion füllen. Wenn in der stärksten Liga der Welt die Rhein-Mekker-Löwen gegen den HSV Handball antreten. Wenn Promis selbst zum Ball greifen und alte Rivalen aufeinandertreffen. Wenn der Nachwuchs ganz vorn dabei ist. Sei dabei, wenn wir gemeinsam den Weltrekord brechen. Der Goldgastag des Handballs am 6. September in der Commerzbank Arena Frankfurt.